Nächster Halt Sasanstraße, Ausstieg links. Nächster Halt Sasanstraße 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 Ausstieg links Halt Sasanstraße 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 Nächster Halt Kellinghusenstraße Übergang zur U1. Ausstieg links. This is in an option for passengers traveling towards the harbor. Due to the structure work, the line U3 is interrupted between Baumwald and Hauptbahnhof Süd. Please use other reference lines if possible. You can plan your route on HV.de or in the HVV app. The U3. The U3. The Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt Eppendorfer Baum, Ausstieg links Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt Hohe Luftbrücke, Ausstieg links Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nächster Halt Schlumpf, Übergang zur U2, Ausstieg links Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nächster Halt Sternschanze, Übergang zur S21 und S31 sowie zum Messegelände. Nächster Halt Sternschanze, bitte exit hier vor Exhibition Halt. Ausstieg links. Nächster Halt Sternschanze, bitte exit hier in der Havre Vf. Attention, please. This is an announcement for passengers travelling towards the Havre. Due to construction work, the line screen is interrupted between Vf and Havre Vf. Please use Havre Vf transit lines if you want. You can plan your route on Havre Vf.de or in the Havre Vf. Nächster Halt Sternschanze, Ausstieg links. Havre Vf. Achtung, ein Hinweis für Fahrgäste in Richtung Havre Vf. Wegen Bauarbeiten ist die Route 3 zwischen Baumwald und Hauptbahnhof Süd gesperrt. Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit Alternative U- und S-Bahn-Link. Planen Sie Ihre Route auf Havre Vf.de oder in der Havre Vf. Attention, please. This is an announcement for passengers travelling towards the Havre. Due to construction work, the line U-3 is interrupted between Baumwald and Hauptbahnhof Süd. Please use other rapid transit lines if possible. You can plan your route on Havre Vf.de or in the Havre Vf. You can plan your route on Havre Vf.de or in the 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 Havre Vf.de. Nächster Halt St. Pauli. Ausstieg links. Wegen Bauarbeiten ist die Route 3 zwischen Baumwald und Hauptbahnhof Süd gesperrt. Bitte nutzen Sie nach Möglichkeit Alternative U- und S-Bahn-Link. Planen Sie Ihre Route auf Havre Vf.de oder in der Havre Vf.de. Attention, please. This is an announcement for passengers travelling towards the Havre. Due to construction work, the line U-3 is interrupted between Baumwald and Hauptbahnhof Süd. Please use other rapid transit lines if possible. You can plan your route on Havre Vf.de or in the Havre Vf.de. You can plan your route on Havre Vf.de or in the 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 Havre Vf.de. ... ... ... ... ... ... Nächster Halt, Landungsbrücken. Übergang zur S1, S3 und zu den Hafenfähren. Next Stop, Landungsbrücken. Please exit here for Harbour Roadtrips. Ausstieg rechts. Achtung, eine Inweisgefrage ist in Richtung Türstadt. Wegen Bauarbeiten ist die U3 zwischen Baumwald und Baumwald gesperrt. Bitte, Herr Ahrn. Untertitelung des ZDF, Landungsbrücken. Nächster Halt, Baumwald. Ausstieg rechts. Endhaltestelle, bitte alle aussteigen. This train terminates here. All change please. Achtung, die Bauarbeiten ist die U3 zwischen Baumwald und Baumwald gesperrt. Achtung, eine Inweisgefrage ist die U3 zwischen Baumwald und Baumwald und Baumwald gesperrt. Achtung, eine Inweisgefrage ist die U3 zwischen Baumwald und Baumwald gesperrt. Achtung, eine Inweisgefrage ist die U3 zwischen Baumwald und Baumwald gesperrt. Nächster Halt. Bis zum nächsten Mal.